st Julio leute und hallo mit sie kommen zu manklaft hat zurück hier mit dem spät er ist ja und ich baue weiter an den verbindung zwischen uns aus der kirche ich gehe fisch wir gar nicht mehr schiefen musik fischen gehen du gehst fischen ok zuerst da dann ist der Job etwa etwa von einem anderen hat dauert und scheiß ich gehen größeren zähl vielleicht beißt die Tinten fisch an Gibt es? Ja, ne? Nein. Ja, so mache ich das. Okay. Mache ich mal eine Schaufel, dann geht es schneller. Yes, ich habe einen Salmon, einen Salmone gefangen, eine Ruhe. Ich glaube, Salmon heißt Salmone. Keine Ahnung. Salmone? Zum Fischen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Jetzt habe ich einen Schwert gemacht, dich. Oh Mann, bist du dumm, Alter. Steinschwert, halt. Was wolltest du machen? Ja, ich hoffe. Sag mal, ich habe wieder was zu essen für dich. Armer Kerl nicht, dass du verhungerst. Ich habe noch 19 Hühnchen und 9 Steaks. Also, ich wog gar nicht, dass du verhungerst. Ich schiebe dir das Essen, die ganze Zeit. Der Arschwech, ich weiß, wohin damit. Ich habe auch so viel, weil ich die ganze Zeit halt Essen haben hier. Ich werde noch unter der Erde noch so ein Lager bauen, dann. Ich würde noch mehr Platz haben. Ich denke, so viel mehr Platz brauchen wir gar nicht. Er fällt nicht so scheiße, halt. Was wollen wir denn mit scheiße? Scheiße. Akazien-Block, was ist das jetzt? Akazien-Holzbretter. Ich mache einfach mal. Akazien ist dieses, was in der Wüse, äh, was in der Savanne immer steht, diese Orangenhäuser. Äh, Bäume. Ja. Ja, bei mir sind die anders aus, das sind keine Orangenhäuser mehr, wobei ich ja ein anderes Texture-Pack habe. Aha, verquältschende Farben. Ich habe das Fenwar nicht. Ich habe, äh, keine Ahnung, welches es nochmal heißt. Ich finde sogar bei PogChom Media Texture-Pack sind nicht sogar Farben echt. Und schon wieder einen halben Stack Kartoffeln geerntet. Was bei dir? Aha, ich habe das, äh, den Charifement geschafft. Da, für dich. Oh, danke. Ich sag doch, ich werfe dir immer das Essen zu. Das ist jetzt selber zu behalten. Die haben übelst viel Steig, Mann. Ich habe auch übelst viel Essen. Das ist das, ich brauche es auch nicht. Yeah, unsere nächste Farm ist gebaut worden. Yay. Eine Sugarcane Farm. Ey, Markus. Was denn? Ich habe was Leckeres für dich gefarmt. Nein, zum Maul. Nee, ohne mich ist jetzt da, schau. Ich wollte auch filmen, wie giftig. Was ist denn Spaß? Was muss ich jetzt für Chiefments machen? Schau mal, dann weißt du, was ich noch nicht gehört. Also gut, oben habe ich jetzt alle, das heißt, die Starter-Achiffments haben wir. Das nächste Chiefments, das ich brauche, ist... Ey, ist da hinten. Throw a diamond at another player. Ey, ist das da hinten. Vielleicht muss ich einen Diamant nehmen und ihn auf dich werfen. Ey, ist das da hinten. Es ist da hinten, äh, Eisenholz. Das ist da drinnen, das ist Oak, ja. Da, schau mal. Geil. Jetzt musst du auch zu mir werfen. Hast du auch noch mal ein Chiefments? Geil, das Achievement, oder? Die meisten Spieler mit Diamanten ab. So, nächstes Achievement. Ein Zaubertisch. Wir brauchen Buch, Obsidian und Diamanten. Diamant habe ich. Bücher brauchen wir. Eins, ein Buch. Dafür brauche ich was von den Sugarcans. Die müssen noch wachsen. Das ist schwarzeichen Holz. Und obsidieren. So eine Scheiße. Das ist schwarzeichen Holz. Hast du eine Diaz-Sacke? Nö. Sag, dann haben wir zu wenig Diamanten, Alter. Muss ich jetzt in die Hülle gehen. Das ist kein Oak. Das ist kein Eichenholz. Ist das Eichenholz? Oh, das ist Lava. Gefährlich. Oh. Oh. Nee, er geht hier nicht hin. Nur das Holz zu retten. Also wenn du hier irgendwie vorbeiläusten, ne, dann muss ich aufpassen. Wohin kommt, äh, Glas in Krempel oder wohin? Äh, das ist Sand. Das ist Sand, ja, jetzt nochmal. Ich hab noch nicht so was dich. Sag ihn. Wappelschlag, Schuli kommt hier rein. Warum ist denn da, äh, Stämme ohne Blätter? Was, so wie die Blätter abgebaut oder was? Nö. Da sind die verbrannt von der Lavaquelle aus. Alter. Hat der Romo auch voll viel die Bolle? Dann wieder Kühl vermehrt. Pecken. Was, wie die weggebumst oder was? Ja, ich hab ihnen Stoff gegeben. Atemstoff. Drogen. Loll. Zieh es dir rein. So eine Kuppelküche. Oder, hey, Loll, komm mal her. Ja, ich bin hier. Komm mal, nee, 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 nee. Äh, das ist das Weg, ans Am Gang, den wir unterliegen haben. Welch Gang? Johann Das Trip. Ah, so das ist das. Das ist zu tun. Auch stimmt, dass dauerhaft. Stimmt, dass dauerhaft. Ah, 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 mal noch mal Diamanten. Oh, vielleicht soll ich noch die zweite Eisenspitzake mitnehmen, meinesämlichen Arsch. aber so richtig am Arsch Holz habe ich hoffentlich dabei doch habe ich das habe ich glaube ich gemacht hast du Eisen? du musst in der Kiste sein nicht wohl bist du ja ich bin nur gerade hier am Auslernen von meinem oh ich habe 21 Bücher ich muss nicht warten bis sogar kein Zweck das kommen jetzt nur in wertvoll Bücher sind wertvoll im Moment ich habe auch noch mal Akazien gefunden und reingepackt wird es nachts? Erdwolle und Holz das wird nachts echt? ich glaube schon Holster? wo kommt Wolle hin? ja es wird Nacht also gehen wir pennen wohin Wolle? äh erstmal zur Verarbeitung glaube ich Krempe oder Verarbeitung? sucht ja aus ich penn mal ne bl какую auch wenn man ihn nicht macht wie? was ist das? Warte mal Schenk dir mal Nein, nicht mehr hin, nee, nee Du, langsam Ja, oder was, langsam? Vielleicht mal die Lichter ranmachen, ey Nein, Licht ist was der Anfänger Ich muss das Ich muss hier gut alles mitnehmen Gold, 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 Gold Genau zu sein brauche ich eigentlich nur einen Diamanten Dann wäre ich schon glücklich Da wäre ich dir glücklich Ja, warte, wie viele Diamanten haben wir? Zwei In der Kiste zwei, ne? Okay, dann brauche ich drei Diamanten Tschüss Oh, ich habe eine Schlucht gefunden Ich habe eine Schlucht gefunden Ja, die ist direkt neben der anderen Da war ein Block dazwischen Ich wollte gerade so strip-Mining anfangen Und dann grab ich einen Block und bin in der nächsten Schlucht Oh, jetzt will ich das trippen hier, ey Ja Soll man sonst nicht auf nach mehr machen als trippen Soll ich das angucken Soll ich das nicht angucken Soll ich das nicht angucken um nie jetzt dann muss ich mehr brett sondern mitnehmen wenn er ausländen muss doch lassen er hat es dann gibt nicht gut werden welchen wir waren die erst zwölf mehr nicht stein nee 11 glaube ich hab's so ich hab die als 1 2 3 4 5 6 6 die ist kann ich wieder rauskommen nein jetzt muss ich ob sie abbauen wir haben Goldbarren ja viele 14 ok immer nicht irgendwas macht dann ich war jetzt mal observieren ab genau so spannend ok viel ob sie brauche ich 4 und dann fürs netter portal 8 toll 12 ob sie ich bin beschäftigt so ich mach mal die kisten hier mache ich mal blöcke ein ein Name perfekter Name hab schon 4 Blöcke 4 8 7 k k k k k ich muss schon sagen der Job hier ist sehr spannend überlegen 6 ob sie wie soll wir das nennen wie wenn die zäune und schilder reinkommen in der kiste holz heute zwölf nachdem noch fünf schwecken Haltplatten werden großgeschrieben, ne? Ja. Und Schilder auch, ne? Ja. Okay. So, noch zwei Stück. Ja, komm mal. Ja, geil. Schilder. Oh, Mann, jetzt... Okay, nochmal. Soviel Zeit muss sein. Oh, Mann, ist es langweilig, ob ich hier... ...ob sie abzubauen. Ja, jetzt hab ich zwölf, jetzt verpiss ich mich. Ich sollte die Crafting Bench wieder mitnehmen. Die Platten. Okay, da steht schon was. Platten... Etc. Platten? Wird das groß oder klein geschrieben? Die Platten. Groß. Ja. So, ich hoffe, ich finde den Ausgang wieder. Ich glaube, ich kann daher, wo da oben Licht ist. Licht. Immer der Sonne entgegen. Äh, zählte deinen Namen. Zählte Treppen auch zu Blöcke, oder? Zählte deinen Namen. Die Schlucht ist, glaube ich, genau unter unserem Haus, Alter. Was? Erde. Erde. Dann. Hier. Hier. Dann. 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 Prozent 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 extra kiste für was wir haben noch eine sandkiste ja ich habe jetzt für alle blöcke ein drüber gemacht er dann brauchen wir für sand keine doch für sandtreppen und so essen habe ich schon werkzeug haben wir auch schon weiter ich bin fast gestorben ich jetzt ja ich habe gar nicht dass ich einen schock bekommen habe er noch zwei herzen als ich ja fast in lava gejammt also besser gesagt ich bin runtergefallen habe mir zwei herzen überlebt heute schlucht druntergefallen bin und wird dann auch noch fast in lava gelandet was bei dir und jetzt alles wieder wegen dem scheiß schiff war ich glaube es hat so die wertvollen liegen aber coole blöcke draus machen abgeladen die blöcke sind schön bücher ist verarbeitung ja die brauche ich jetzt dann für eine jumping table weil wir so viele waffen haben ich habe jetzt zwei sachen und diamantenpferde ist noch auch zu waffen er könnte ohne bist in der beta mit pferden gehen da kriegen wir einfach viel weniger damage alter weil die viecher immer zuerst die pferde angreifen der zähl ist nicht viel ist aber die pferde ich seh den namen ich seh den namen ja ich seh den fleisch ich höre schon die ewig hier gerade aus nach oben ich tue mal das fordene fleisch zu essen rein ne was fordene fleisch tue ich mal zu essen rein ja ja ist immer gutes essen ja giftige kartoffeln rein weizenkörner krempel blöcke glas ne pflanzen mein jungen ok dann tue ich mal tanzen du wolltest es nicht anders wir haben eine holzschaufe noch nix wieder da oh ne erfolgreich zurückgekommen mit paar diamanten und leute wisst ihr was an der stelle bin ich zurückgekommen mit diamanten das war's dann auch schon wieder mit der heutigen folge wir sehen uns beim nächsten mal im nächsten aufnahmetermin das war's dann auch für die heutige aufnahme und ciao nein noch nicht warte äh jetzt auch ok ciao